Der Schreite zum Platz war, aber wo kommt er jetzt wieder her? Und es ist fast zu berühren, wie Cristiano Ronaldo die Ruhe behält, wenn sich ein Fan noch vor einem solchen Spiel auf dem Rasen... Ah, da kommt er her, aus dem Unterhaltungsprogramm. Respekt, Respekt, der hat seine Chance genutzt. Den ersten Sieger haben wir schon. Und er kommt auch noch mit aufs Foto, wie bei Bayern gegen Manchester United damals.